Ich könnte, es gibt tausend Sachen, die ich machen kann. Ich könnte hier die gelben Blütenblätter aufheben und so. Hier gibt es auch einen neuen Auftrag. Liefern Licht? Was meint er mit Liefern Licht? Rote Stofffarbe. Licht. Ja und, achso, Benni, das habe ich ja schon zurückgegeben. Ja, was meint er denn mit Licht? Ist der verblödet? Licht. Da muss ich Ramisch mal suchen. Vielleicht gibt er mir einen Tipp, was er meint. Bedeutet das, ich soll ihm eine Glühbirne bauen? Oder, oder wat? Oder wie, oder wat? Oder... Okay, er ist natürlich nicht da. Überraschung. Wo könnte er nur sein? Lief der gerade unten in der Stadt mit rum? Ja, so, ich will Licht. Was für ein Trottel. Läuft er vielleicht am Strand rum? Nö. 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 Wo könnte er noch sein? Vielleicht im Stadtzentrum? Ja, da ist er. Ich hoffe, Ren geht es gut. Unser Zusammenprall neulich war ziemlich heftig. Immer schön, dich zu treffen, wenn ich unterwegs bin, Mann. Schönen Tag, ja? Oh Mann, ey, Licht. Ach, warte, ich bin doch hier gerade unten. Schaue ich mal, ob ich gerade zufällig eine Lampe kaufen kann. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann baue ich eine Glühbirne und gebe ihm die. Also, ich sehe nix, das Licht macht. Was brauche ich, um eine Glühbirne zu bauen? Einmal Stahl, zweimal Glas. Und für Glas brauche ich Sand, das weiß ich ja. Ich brauche sechs Sand für einmal Glas. Also brauche ich jetzt erstmal zwölf Sand. Und... ... so 12 sand habe ich so 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 Scheiße Ich muss also erst Sachen verkaufen Wobei Das kann noch rüber Ähm Zwei Sachen können da noch rüber Ähm Okay Also Falsch Oh nein Mein Rucksack ist voll Das ist ja schön Ähm So Ich hab Licht Dann gehen wir doch mal gucken Ob das ist was Ramisch wollte Sonst nicht kann er mich mal Weil das ist ja so Der redet ja sowas von in Rätseln Jemand hat mich gefragt wo ich meine Klamotten habe Und ist doch völlig egal wo ich sie habe Sind doch nur Klamotten man Ziemlich gut Benny scheint sich ziemlich für meine nächste Kundgebung für den Umweltschutz zu interessieren Eine schöne Überraschung weißt du Ja gut also Ramisch kann ich nicht helfen Was ist das für ein Hinweis Das heißt da steht einfach nur Licht Was soll ich damit anfangen Licht Sechs Tage für Licht Was für ein Assi ey So ich hab ihm mal das Licht ausgeschaltet Vielleicht war es das Vielleicht wollte er einfach dass ich ihm das Licht ausmache im Haus Denn es war ja schon an Dann hole ich mir jetzt die Belohnung ab Die ich hoffentlich fürs Licht ausschalten bekommen habe Denn sonst weiß ich nicht was er mit Licht meint Eine Glühbirne habe ich ihm gebracht Kann er nichts mit anfangen Lampen kann ich nicht bauen Das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen kann ist Ich versuche selbst eine Lampe zu entwerfen Werfen Vielleicht ist es damit getan Aber um das zu tun Möchte ich glaube ich Erstmal schauen Gibt es hier Es gibt noch eine Papierlaterne Das könnte es vielleicht sein Das könnte es vielleicht sein Das könnte es vielleicht sein Das könnte es nicht mehr Ich habe es nicht mehr Aber ich habe es nicht mehr